ARD Text im Auftrag von Funk Hast du Fox? Kartenmikro! Hast du Fox? Was ist das überhaupt von... Das ist doch nicht mal ein richtiger Satz, ey! Mann, wirklich jetzt! Ich würd doch erstmal Hallo sagen oder irgendwas anderes! Mann! Ey, es ist wegen euer Dynamik! Klar! Ja, aber das ist doch mal ne geile Story! Ey, ich mein, erzählt das doch mal den Leuten! Wie lange ihr schon den Profikram macht, ne? Für Studios, Musiker, unterbezahlte Soundtouches wie dich, Mikrofone, Kopfhörer... Wie lange die euch schon feiern dafür? Und jetzt gibt's denselben Kram halt in der guten Qualität auch für Gamer! Mit Tiger und Fox! Ist halt nicht lustig, ne? Ja, das muss doch auch nicht mal lustig sein! Ausgangsposition! Weißt du, man kann den Leuten gegenüber auch mal ehrlich sein! Die muss man nicht immer bespaßen! Ja, find ich auch! Und bitte! Zieh mal meinen Finger, bitte! Und ein Tiger! Und ein Tiger! Wo sind's oder? Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017